Wenn du einen Job suchst, wo du ganz viel Spaß hast, dich kreativ verwirklichen kannst und wo du eine Menge Herausforderungen hast, schöne Momente und wirklich viel Spaß, dann bist du genau richtig bei uns. Auf jeden Fall müssen sie willvoll sein. Man hat immer was zu tun. Es ist niemals langweilig. Es ist halt wirklich kein Schema F, sondern es ist immer anders und es ist immer neu und man kann den Tag planen und dann läuft es trotzdem wieder anders. Das Schöne ist, es leben so viele unterschiedliche Charaktere unter anderem. Das ist auch manchmal nervig, aber eigentlich ist es mehr eine Bereicherung. Die Liebe zu Kindern. Ich glaube, das ist das A und O hier. Also die Person muss auch geduldig sein mit uns allen und zuhören. Wir brauchen auf jeden Fall Profis, die den normalen Wahnsinn mit unseren Kindern einfach auch mittragen können, sich das zutrauen und einfach auch Spaß dabei haben und ja, einfach auch ihr Herz da mit reinbringen. Die Person muss Spaß verstehen. Man kann ganz viel mit einbringen und einbeziehen und die Kinder freuen sich da drauf. Die Kinder freuen sich auf die Vielfältigkeit, die die Erzieher auch mitbringen. Darum kann ich nur den Rat mitgeben an jeden. Probiert es mal aus. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020